Am 19.01.2024 gegen 16 Uhr wurde die Polizei zu einem Auffahrunfall zwischen drei Pkw auf die A3 zwischen der Anschlussstelle Köln-Dellbrück und dem Autobahnkreuz Köln-Osterlamiert. Sie sperrte kurzfristig die Richtungsfahrbahn, damit die Unfallfahrzeuge auf den Strandstreifen fahren konnten und nahm den Unfall anschließend auf. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.